Hi Leute, heute möchte ich gerne über die drei größten Fehler während einer Saftkur sprechen. Es wären natürlich einige Fehler begangen während so einer Saftkur, während so eines Saftfastens, aber ich habe mir jetzt mal hier drei rausgepickt, die ich immer und immer wieder sehe und die meiner Meinung nach schwerwiegend darin sind und die auch mit negativen Konsequenzen einhergehen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, dieses Video anzuschauen. Und wenn du dran bleibst, wirst du auch erfahren, wie du diese Fehler vermeiden kannst, dass wenn du so eine Saftkur, so ein Giftungsprogramm für dich geplant hast, diese Dinge beachtest und eben nicht tust, dass du diese eben vermeidest. Ich starte auch gleich mal mit dem ersten rein und das ist nicht genügend Saft zu trinken. Viele Menschen starten in so ein Saftfasten rein und weil man sich so gut fühlt, weil man so viel Energie hat, neigt man offenbar dazu, weniger Saft zu trinken, als man es eigentlich sollte. Und man würde jetzt meinen, es ist doch nicht schlimm, wenn man jetzt einfach weniger Saft trinkt, wenn man jetzt einfach weniger das Gefühl hat. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt so ein Saftfasten, so eine Saftkur machen, wir sind nicht im Fastenstoffwechsel. Beim Wasserfasten schütten wir gewisse Wachstumshormone aus, die gegen unseren Muskelabbau sind, sind, die halt die Anti-Katabol sind und beim Saftfasten, wenn wir da eben nicht genügend unserem Körper zur Verfügung stellen, dann geht unser Körper an die Substanz und baut enorm ab, vor allem enorm Muskeln. Und das wollen wir nicht verlieren, auch für übergewichtige Leute. Wenn sie Muskeln verlieren, noch zusätzlich, ist es dann noch schwerer, das Fett zu verlieren und zu verbrennen, weil eben Muskeln den Grundumsatz erhöhen und entsprechend auch Kalorien verbrennen. Ich habe herausgefunden, es ist wirklich wichtig, adäquat dem Körper zuzuführen, wenn so eine Saftkur, weil wir sind eben nicht im Fastenstoffwechsel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur ein Liter trinken oder zwei Liter oder ich habe schon von manchen gehört, nur ein, zwei Gläser, dann ist es so, dass wir einmal in diesem Essensstoffwechsel drin sind, weil wir eben Kalorien und Nährstoffe zuführen. Die Säfte sind nicht nichts, sondern da ist schon was drin. Und demzufolge sind wir in einem enormen Kaloriendefizit und unser Körper geht extrem an unsere Substanz. Und das ist eben sehr katabol, also unser Körper baut sich selbst ab, vor allem die Muskeln. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen nicht, dass unser Körper mal in die magere Muskelmasse geht. Wir wollen unseren Körper wirklich adäquat zur Verfügung stellen. Wir wollen herausfinden, wie können wir optimal und bedarfsdeckend unserem Körper alles zur Verfügung stellen während so einer Saftkur. Und ja, wie viel brauchen wir da, welche Saftmengen, wie viele Kalorien braucht unser Körper, wie viele Nährstoffe, ohne jetzt viel messen zu müssen, sondern einfach auf dem Körpergefühl basierend und schon auch auf einer gewissen Erfahrung, dass vier Liter in der Regel so die Mindestmenge ist während so einer Saftkur. Natürlich spielt er auch groß mit rein, handelt es sich jetzt um ein kurzes Saftfasten, wie zum Beispiel zwei, drei Tage oder mal fünf Tage oder ist es jetzt ein extensives Saftfasten. Natürlich ist es auch ein großer Unterschied. Wenn man jetzt mal so drei, vier, fünf Tage Saftfasten macht, ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn man jetzt etwas weniger trinkt, aber vor allem, wenn man jetzt so geplant hat, so ein längeres Saftfasten, wo man dann wirklich an die tieferen Schichten möchte im Darm, wo man dann seinen Körper auf tiefer Ebene auch entlasten möchte, entgiften möchte, dann ist es wirklich wichtig, adäquat zuzuführen. Weil wenn du jetzt 30, 60, 90 Tage so eine Saftkur auch durchziehen möchtest, um da wirklich tiefe Veränderungen zu erzielen, dann ist es so wichtig, adäquat zuzuführen, weil sonst magerst du in dieser Zeit extrem ab und du verlierst vor allem in dieser Zeit nicht nur viel Fett, sondern vor allem viel Muskeln. Und das wollen wir wirklich vermeiden. Das heißt, erster Punkt, ausreichend Saft jetzt zur Verfügung stellen deinem Körper. Und der Fehler davon war eben, dass wir das viele Menschen nicht genug Saft konsumieren. Der zweite Punkt ist dieses falsche Verhältnis zwischen Obst- und Gemüsesäften. Viele Menschen neigen dann dazu, sehr viele zuckerreiche Fruchtsäfte zu trinken. Sehr viele Obstsäfte, weil es eben lecker ist, es ist schön süß und das Grüne wird dann oft vernachlässigt. Das Problem ist aber hier, dass wir diese grüne Komponente definitiv brauchen, weil diese uns Mineralstoffe, Spurenelemente und gewisse basische Stoffe liefert, die eben die Entgiftung unterstützen, die die Entgiftung, die Leber auch unterstützen und da gewisse Schadstoffe empuffern können und auch bei der Ausleitung helfen. Also grünes Gemüse ist sehr, sehr wichtig während einer Saftkur unabdingbar. Und meine Empfehlung ist es, ein, besser zwei Liter grünes Gemüse pro Tag an Saft zu pressen. Das heißt also Sellerie, Kopfsalate, Spinat, Gurken und so weiter. Also es gibt sehr viel grünes Gemüse, Wildkräuter sind natürlich klasse, da aber nicht ganz zu übertreiben von der Menge. Aber sonst habe ich festgestellt, weil wir eben nicht andere mineralstoffreiche Sachen essen, wie jetzt zum Beispiel Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und so weiter, was jetzt viele andere Menschen, wenn man jetzt in einer normalen Ernährung ist, isst, konsumiert täglich, das fällt natürlich weg und da muss das grüne Gemüse entsprechend hochgeschraubt werden, um diesen Bedarf adäquat zu decken. Und weil wir vor allem vermehrt entgiften, wir scheiden vermehrt aus, das grüne Gemüse ist da sehr entscheidend, wenn wir unseren Körper entlasten wollen und wenn wir da ihm diese Mineralstoffe zuführen wollen, die unsere Entgiftung unterstützen. Das ist der zweite Punkt, das wird im falschen Verhältnis konsumiert, der Fehler, und zu viel Früchte, zu wenig Gemüse, vor allem zu wenig grünes Gemüse. Und dann eben, dass du das beachtest, ein bis zwei Liter grünes Gemüse während deiner Saftkuh als Empfehlung. Von meiner Seite hat sich persönlich aus Erfahrung sehr, sehr gut erwiesen. Der letzte Fehler ist, gar nicht so bezüglich den Säften oder den Mengen, sondern der ist eine unzureichende Mundhygiene. Gerade Thema Zähne und ich habe festgestellt, bei der Saftkur müssen wir dem eine höhere Bedeutung zusprechen. Viele Menschen denken, dann trinken sie ja nur noch die Säfte, das ist ja nicht so schlimm, man kann es ja da ein bisschen vernachlässigen, weniger putzen. Man fühlt sich eben nicht so an, dass man was zwischen den Zähnen hängen hat, direkt, so an Faserstoffen oder an festen Stoffen. Aber trotzdem ist es so, weil wir eben auch häufiger durch den Tag diese Säfte trinken, dass sich ein ganz schön ordentlicher Belag auf den Zähnen absetzt. Und dieser Belag ist eben ein sehr guter Nährboden für Kariesbakterien, die ernähren sich davon und du fütterst sie dadurch. Und das ist sehr wichtig, dass wir auf regelmäßiger Basis diesen Belag nach unten schaffen. Also meine Empfehlung ist, einmal am Tag bis zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Wichtig nur, nicht nach säurereichen Getränken, also nicht direkt nach Zitrone, nach Trauben oder Äpfel, sondern sehr wichtig, immer eine halbe Stunde bis Stunde danach warten. Und hier ist sehr, sehr wichtig, auf die Zahnhygiene zu achten, weil wenn wir das einmal nicht richtig beachten, wenn wir da nicht richtig dem nachgehen und dann uns irgendwelche Kariesbereiche aufbauen im Mundraum, das muss wirklich nicht sein. Und das hat dann auch langfristige Konsequenzen, weil danach ist es, also bei Zähnen ist es oftmals so, dass Vorbeugung wesentlich besser ist, als dann am Ende das irgendwie wieder beheben zu wollen. Und deshalb sehr wichtig, die eine Sache, die ich angesprochen habe, ausreichend die Zähne zu putzen und nicht nach säurreichen Zähnen zu putzen. Und die zweite Sache, die noch fast wichtiger ist, ist den Mund immer nach den Säften zu spülen mit Wasser. Also einfach, wenn du deinen Saft getrunken hast, fertig, kurz unter Wasserhahn, Mund ausspülen, damit einfach mal so dieser grobe Belag rausgespült ist, damit mal dieser, wenn auch Zucker, wenn du eben, Zucker ist überall drin, auch in Karottensaft, auch in Rote-Bete-Saft, also auch in Gemüsesäften ist es enthalten, und den wollen wir dann mal direkt nach draußen spülen. Und ich habe festgestellt, dass wir allein damit auch einen sehr großen Einfluss haben, dass wir da keine Probleme bekommen. Und ja klar, wenn wir die ganze Zeit diese Säfte trinken, die schon eine gewisse Menge an Kohlenhydraten enthalten und sich Karis-Bakterien davon ernähren, dann wollen wir auch da richtig drauf achten, auf unsere Zahnhygiene. Und ich habe festgestellt, das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, um da auch keine nachträglichen Folgen zu haben aus so einer Saftkur. Es gibt natürlich noch viele weiter Fehler, die begangen werden. Ich sehe da immer wieder neue Fehler auch, die so entstehen während einer Saftkur und eines Saftfastens. Aber das waren jetzt mal so die drei meiner Meinung nach schwerwiegendsten, die Langzeitkonsequenzen auch haben können, wenn wir die nicht richtig beachten. Beim ersten wird die Muskelmasse abgebaut, beim zweiten kommt eine Disbalance im Körper, beim zweiten Fehler, und dass der Körper eben ausgelaugt wird von Mineralstoffen, die in Gift und nicht richtig abläuft. Und der dritte Fehler ist dann, dass wir uns Zahnprobleme einhausen, weil wir da nicht richtig während so einer Saftkur drauf geachtet haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Ich bin auch auf Instagram unterwegs, also wenn du da auch regelmäßig Content, Inhalte zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Fitness, Selbstheilung, Fasten und zu einer Saftkur sehen möchtest, dann schau da unbedingt auch mal vorbei. Consistent Life Balance ist der Name. Drunter im Infokasten findest du mein Instagram. Und wenn du noch irgendwelche offenen Fragen hast, darfst du sie natürlich gerne auch hier drunter in den Kommentaren stellen. Wenn du dich auch weiter entfalten möchtest in diesen Themen, darfst du gerne auf mich zukommen. Wenn du jetzt zum Beispiel auch so einen Plan haben möchtest für so eine Saftkurse, ein Giftungsprogramm und du noch nicht genau weißt, wie du das durchführen kannst, darfst du gerne mich kontaktieren, weil ich biete da gerade noch kostenlose Mehrwertgespräche an für Leute, die es wirklich ernst meinen mit ihrer Gesundheit und da was nachhaltig verändern wollen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, wo auch immer du bist und bis bald. , wie auch immer du politisch verständig machen möchtest Geiget Fellows